ja dann erst mal wieder herzlich willkommen zu der runde sims und leider fang jetzt mal gleich mit der schlechten nachricht an ist auch mein fehler gewesen ich habe über das origin über die origin start software mir sims auch installiert und das hat netterweise meine speicherung gelöscht also die von der existierenden sims familien und sims stadt und jetzt ja wie gesagt müssen wir leider alles neu machen ist vielleicht auch nicht ganz schlecht können wir mal gucken dafür hat er ja so einige zusätze was bei der vision die ich jetzt nicht nicht so ganz funktioniert hat ja wir sind jetzt in die sie der rad die sie der rad tatal die sie der rad tatal okay doofer name man die an die innen da so das müssen wir mal gucken so alles klar dann gehen wir mal los geht los eine familie erstellen so was war mein plan ich muss noch mal überlegen ach so ja ich glaube ich weiß sie das noch mal ach so ja ich wollte jetzt so eine kursion der so eine welt mit den familien aufbauen die mich so umgeben natürlich nicht mit richtigen namen also die werden natürlich andere namen haben ich jetzt auch weitgehend auf gamer beschränken dadurch jetzt auch ein bisschen leichter dadurch muss ich muss ich gar keine namen groß verändern weil das sind veränderte namen höhe das war es einfach nur also einfach in game namen verwenden das alles gut so wie machen wir das denn wir machen wir das was haben wir familien name familien name mal familie wird schwierig wir haben noch nicht einmal außer meine tochter haben sonst alle meine wenigkeit haben noch kein in game namen na gut ist auch erst mal als nachname benutze ich meinen ganz alten so glanz der ganze war damals mein ganz erster name und ich mit ich online gespielt habe da habe ich noch command and conquer gespielt wie so 2,2 glaube ich vielleicht sogar schon eins noch mit modem nicht mehr akustikkuppler aber modem halten das war noch ein 33 6 mode was ich damals hatte das habe ich mit den hirn hirn tipper zusammengespielt und ja war schon ganz schön harter gegner so wurde es anfangs war es ein billiges opfer aber nachher wurde ganz schön fieser gegner echt aufpassen das waren das das waren epische schlachten und vor allem weil wir beide nicht rascher waren wir sind beide aufbau freaks und das das hat dann auch ein bisschen spaß gemacht jetzt online so jetzt mit anderen menschen spielen dass das meist dann doch ich habe kommen hintergrund laufen das kann man das jetzt mit hört ich hoffe nicht na gut ja was soll ich sagen ja genau ja wie gesagt in der laufe der zeit wurde halt besser und andere an mit anderen spielen das immer so dass das die die kommen schon mit panzer an hat man gerade die kaserne aufgestellt und so ungefähr also ja das macht dann keinen spaß ich mag ruhiges aufbauen danach haben wir dann liegen was war dann das nächste was wir gespielt haben und dann haben wir auch über ein netzwerk gespielt genau über netzwerk kohexial kabel noch kohexial kabel verbindung netzwerk auch war immer ein spaß ein vergnügen von den windows und kohexial verbindung da gab es immer ja verbindungsprobleme naja das hat von der zeit natürlich besser da war es noch bei windows 95 glaube ich da hat man noch kohexial kabel bin mir nicht sicher da war es dann da ging es ein bisschen leichter alles ja ja da haben wir uns dann ich hatte zu der maligen zeit habe ich dann auch weil keiner von uns leistungsstarke laptops hatten hatte ich dann selber zu hause drei computer hingestellt die einigermaßen leistungsfähig waren um die derzeitigen spiele zu spielen also age of empires 2 ging flüssig auf den rechnern und ja da haben wir uns dann halt immer getroffen bei mir zu hause kohexial netzwerk war der einzige von uns uns dreien damals noch der hat er ein netzwerk hatte so ja jetzt jetzt geht das ja ganz easy wireless lahn und so alles überhaupt kein problem das ist jetzt so easy geworden jetzt eine eine runde zu starten von meistens lässt man das so direkt an was wir das internet laufen das team oder so starte man ein spiel und dann muss man sich über die netzwerk geschichten überhaupt keine gedanken machen alles klar so okay wir haben hier land sind das ist okay familie lanze ja so ja ich muss ja natürlich klar so dann mache ich das mal einfach erstelle den den jockel ist das ja man kann hier nur dick und schlank nehmen das ist schade weil ich bin nicht schlank ich bin aber auch nicht so dick also ich wäre irgendwie dazwischen das geht hier irgendwie nicht schade so und dann nehmen wir uns ach ja das muss ich noch fixen dafür habe ich auch irgendwo ein fix runtergeladen das muss ich wieder installieren das wurde auch überschrieben ach schade okay muss ich noch machen dann so alt bin ich noch nicht die schon in die richtung auf so alt bin ich noch nicht so also also haben wir hier dann den jockel so dann gucken wir mal was wir haben was mein gesicht habe ja so er soll schon ein bisschen braun das habe ich übrigens zu braun blond passt auch nicht ich finde die farbe aus weil es ist ja echt dünner so okay aber man kann da was aussehen kann er nicht so also aber bei einem fahrzeug sind mit gut aufhören aber jetzt hier nicht jetzt jetzt wieder loswerden hallo also ich wollte nur die tasche drücken direkt so ich wollte die passende frisur erstmal finden habe ich jetzt hier eine passende frisur für mich ja das spieße ich genug aus ja das ist so eine langweilige frisur ja das passt zu mir ich habe so eine langweilige frisur so okay was das dann geht es weiter so ich habe ein bisschen blusterpacken also ja das ist das passt schon ein bisschen also nervig so dann habe ich eigentlich eine niedrige stelle das gleich einstellen man es passt ja nicht so bei den augen nicht ganz schwierig schwer sich selber aber zu lassen es ist irgendwie wo das hier nicht hin ich kann hier noch was machen ja ist nichts dabei ist es zu mir passen würde ehrlich gesagt die augen konnte auch noch was machen also ja nur wenn man auch irgendwie normal also das weiß ich nicht von augen sind dichter nach innen schwer zu entscheiden ja die nase okay weil die haute überhaupt nicht habe ich so eine nase habe ich gar nicht ich habe eine normale nase so groß aber ja was aber schon behaarung gesicht sicher habe ich sie also das ist was man jetzt schon hier noch kommt gleich ja doch passt schon ist okay ich kann nichts tun alles gut so die gesicht behaarung ist auch noch nicht immer noch nicht man kann die gesicht so ja ich habe eher so ein ich habe eigentlich nicht so wecken kind mehr doll kind und das hier irgendwo kann ich da habe ich so model bin ich halt nicht so ok dass das hier und dann auch das machen das habe ich schon okay schwierig weil ich optionen wir lassen es einfach so dann schminken tut mir eigentlich nicht so einiges neues hier hat und kommt die gesicht ja ja schön hier das sieht gut aus und das nicht gut aussieht also noch so ein bisschen versoffen aus so ok das hätten wir das müssen wir also alles nicht in gar keine gesichtsbemalung beginnen das brille trage ich nicht augenbraue ist bei mir ganz normal was ist das denn hier für eine augenbraue sie mal angucken ein bisschen erwecken ein bisschen natürlich aber ein bisschen übertrieben auch so ein bisschen bildbuch ein bisschen natürlich aber das ist ein bisschen übertrieben ein bisschen das ist total so stürzt so man sie nicht gestürzt man die wachsen auch ein bisschen bild ich mache sie mal so auch wenn es nicht ganz in haut so und jetzt machen wir die gesichts bad stoppeln genau genau habe ich aber auf gar keinen fall im bad hat habe ich nicht gar kein so was hier hoch schön da war das man auch noch nicht so weit sind wir noch nicht also ohne bad ich trage ich aber bad stoppeln die geben sich automatisch meinen tag so manche also zwei tages braut habe ich doch manchmal schon stehen aber dann wird auch radikal wieder abrasiert aber direkt schnell nach so ok alles klar damit das schon mal so haben wir hier noch erst unter outfit ich trage in der regel eigentlich immer sehr bequeme kleidung ich mache es locker bequem weit vorgefährlichen dinge langweilig das stimmt alles nicht hast alles nicht das mal schatten ausschalten und dann hoffe ich dass ich nicht mal daran denke ich würde gerne den bug fix zu installieren aber ist irgendwie alles langweilig was ist das denn achso da oben ist frei ist nur angemalt achso auch nicht schlecht ok was ist das naja ja ist schon die richtung was wässeres oh hier clown das das ist das ist auf jeden fall bequem aber ein bisschen auffällig ja mal wieder ein zurück ein zurück ein zurück so 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 was ist das naja ok so so mal ein bisschen zu viel was hm eher so wie ein holzfäller hm nein so so ein hässliches hemmt hatte ich da damals tatsächlich gehabt aber ein bisschen jünger wenn meine mutter gekauft ist ja mir war es damals ein bisschen egal hauptsächlich was am körper mhm so das sieht auch alles sehr interessant aus aber das haut alles nicht so richtig hin ja so richtig entspricht das nicht was ist das hier ja ja sieht auch bequem aus aber dieses hemmt passt nicht aber ist das vorige besser aber die hose ist auch ein bisschen langweil farblich gesehen mhm 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 wir brauchen wieder eine ganze folge um jetzt hier wieder Familie Lanze hier zu bauen ach das ist ja geil das ist ja geil ja schön ja gut das glaub das ja natürlich das ist doch schön einfach schön was ist das hier oder hier so astronautenmäßig 같은 style mhm das ist taucher ne das ist ein astronauten taucheranzug und das ist Rüstung Ich mach wieder zwei zurück hier. Äh, noch eins zurück. So, gut. Sehr schön. Hmm. Man gibt's viel. Aber nichts, was so wirklich passt zu mir. Ja, sowas, was ich so rügel trage. Hm, okay, das finde ich ganz interessant. Gut, das hier mit diesem Gerüttelkram. Aber so, die Schnittform der Hose. Da hab ich eine von, so. Nichts ohne Spenzel-Gedülse. Wo haben wir noch? Ich glaube, das muss man den Oberteil ausrufen. So, ob das geht. Also, das war's. Jetzt kommt die ganze Standardkleidung, ne? Ja, jetzt kommt hier nichts mehr. So, ich geh mal hier gucken, ob man da nicht was haben die, ne, wenn man sich selber was zusammenstellt. Was? Ähm, ich will schon, dass ich jetzt hier in der Herrenabteilung bin. Was ist denn hier los? Na hin, unsere Jeans. Hm, fangen wir nicht. Jeans. Das ist nicht so ganz. So, dann hatte ich auch mal, ne? Wollte ich ihn eigentlich gelassen. Ich hab die weggeschmissen. Äh, warte mal. So, standardmäßig. Also, das geht aber. So, dann hab ich auch. Ich glaub, so eine, sind zu sagen, irgendwie ein Schrank liegen. Das ist irgendwie Standard. Hm. Ich meine das hier als Oberteil. Hm, nein. Dö. Das ist alles nicht so richtig. Äh, 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 äh. Also, irgendwie ist es zu wenig. Oberteil da ist, und vor allen Dingen überhaupt nichts passendes. Hm. Max war rot, aber so gestreift nicht. Oh mein, was weiß, ja. Ah. Ja, dann wird ich ja nie in die Hose stecken. Hm. Ist nicht so konservativ, langweilig. Aber so zituliert sich auch scheiße. Äh, wir stehen das. So, auch langweilig, aber egal. So, haben wir das. So, was haben wir da so als Anzug? Hm. Ne, Anzug habe ich tatsächlich. Wollen wir nicht glauben. So. Ja, zwei reich. Äh, ist egal. Ja, das ist so. Warte, hier. Hm, sehr italienisch, ne? Dings, warte. Hm. Hier fängt man das gut. Lass das so. Hey, so. Was haben wir denn das nächste? Das ist Unterwäsche. Hm. Ja, gut, so buntes Teil habe ich jetzt so nicht am Start eigentlich. Ich mach noch was anderes. Ja, weiß habe ich auch. Hm, so schwarz. Hm, so schwarz, so. Lass mir sowas tolles. So, so, als was soll's. Zag. So, schlafen so fertig. Hier was buntes. Da muss ich mich ja sowieso nicht so genauer dran halten, was ich jetzt zum Weg gehen, Klamotten im Schrank habe. So, alles klar, lassen wir so weiter, wahrscheinlich nicht weiter Zeit hier, das ist ja auch so langweilig. Ja, passt schon. Wo ein bisschen bunter, nicht so langweilig. Genau, gefällt dir auch, ne? Ja, was soll ich machen? Wie sieht es hier aus? Jogging und so. Was haben wir da? Hm. Können wir mal was anderes haben? Ich bin halt langsam müde. Ich habe ja eine ganze Stunde hier umgesessen. Da ist er ewig geladen. Ewig lange geladen. Das. Hm. Ach, hm. Wo hat das hochgekrampelt? Ich trete das so. Ja. Vielleicht lass es langweilig. So. Weiter geht's. Was haben wir hier? Outdoor-Kleidung. Ach, das ist aber neu. Outdoor-Kleidung. Outdoor-Kleidung. Das hat... Ne, sowas... Ne. Geht gar nicht. Was haben wir hier? Hm. Das ging... Ja. Vielleicht. Was haben wir noch? Mal ein bisschen blättern. Oh, nicht so viel Auswahl. Hm, ja, langweilig. Nehm' das. Okay. Oh, das gefällt mir nicht. Ach so, weiter. Das ist grün. Äh. Ne. Pass auf, nehm' ich das. Gefällt mir besser. Oh, braun. Ich hasse braun. Nehm' ich das. Okay. So, weiter geht's. So, fertig. So, ich war... So, hier. Und ich bin... Sternzeichen. Hey, nehmen wir den hier. Echt? So, Antörner. Meine Antörner. S9. Was haben wir noch? Oh. Unterwäsche. Hm. Was tut mich denn so an? Papierlöschung. Unterwäsche, ja, natürlich. Hm. So, was haben wir noch? Ähm... Schwarzes Haar. Das ist schön. So. Dann, äh, was... Äh, der Abtörner ist hier gestankig. Ich mag es nicht, wenn es stinkt so. Alles klar. Dann nehmen wir den so. Ziele haben wir festgelegt. Alles klar. Dann, ja. Den Annehmen. Da haben wir den fertig. Wunderbar. Mhm. Guck nicht so ernst. Kannst ja auch noch was dazu hier. Komm. So. So. Jo, ja. Wir nennen es Ihnen mal. so was so ja 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 ich hab noch gar keinen plan neue musik dazu kommen kann sein piano musik mag ich so egal ja 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 nee aber eher so auch das trifft das ja ist schwer sowas so ok lassen wir so ja 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 ok passt schon jetzt die Nase ein bisschen knolliger und flacher freundliches Gesicht gut passt ne normal alles das kann so bleiben jetzt passt schon da passt schon 80 ne der meiste ist nicht an so haben wir da da passt da nix von malz nö dann eher so grün ist schön jetzt intensiv so ja was haben wir ja komplett outfits hier ja das ist ein was trauen so zu laufen um zu laufen mhm 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 okay ja genau schön schon gewonnen frau mich dabei nicht sieht für mich ist tieres schläge verpassen glaube ich hier so ich schaue mal viel zu viel an so ja 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 ach je so gar nicht so einfach so mhm 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 kalt passt na gut eigentlich trägt sie ein bisschen engere hosen aber ok befinden wir nochmal so eine variante jup ich sehe schon da wird nichts draus oh das würde mir gut gefallen ja mhm 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 naja na so genau das mal so wirklich ist so super geht's ausgekleid tatsächlich das würde sie dass sie erst hier so dass ich so was schon nicht schlecht ein bisschen muss im spiel ist alles erlaubt also hier ja verkehrten oder so ja schwarz hat das über das nun schwarz okay so machen wir das so ja und geht immer weiter unterwäsche unterwäsche was haben wir denn damals gewagt ist sehr konservativ haben wir denn noch das war es schon besser nicht viel auswahl jetzt installiert sind die auch alle weg sie alles neu installieren muss alles neu installieren glaube ich muss alles neu installieren da fehlen so viele sachen so viele stunden davor gesessen und die kleider sets zu bekommen irgendwie alles weg mehr nicht also auch so ist auch nicht so okay so dann weiter ja wahrscheinlich eher so total eingepackt noch natürlich das hier besser so viel stoff ist einfach total überwertet so lassen so okay okay kann man so lassen eigentlich anders oder so was hier Hmm. Nun das. Ja, nun das so. Oh, das ist hier. Gucken wir mal. Hm. Die schwarzen Jürgen? Was hat sie denn schon an? Das ist das, was sie anhat. Ja, dann lasse ich das. Okay. Weiter geht's. Upp. 6. So. Hm. Hm. Ähm. Tja. Okay, machen wir auch das fast. Das ist leichter. Organisieren. Dann upturnen, upturnen. So. 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 Brauchen wir das. Zack. So. Ähm. haben wir hier noch aber jetzt ja koch charismatisch was ist das hier gut im putzen gut im putzen mag sie nicht so haben okay der leipzig mag sie nicht so okay dann haben wir das so okay nun das ist aber das noch nicht alles so kommen für noch zwei personen So. Mal gucken. Zack. Uuuuut. Omegaen. So. 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 Okay. So. 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 Ja. So. 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 Passt schon so. Ja. Lass ich so. Das wäre so. Gleich weiter. Zack. Ist hier los. So. 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 müssen jetzt noch schleifen noch hier ach so ja die uhren sehr groß so waren die nase allerdings kleiner der zack so dass andere nase so ein klein wenig weiter ist und zu dick ja genau also ist sie bekommen gerade ist sie schon so es ist nicht da so kann ich so einfach jetzt die augen noch mal das ist normal Okay, also haben wir schon den Mund. Der Mund ist ein bisschen schmaler. Ja, am freundlichen Mund hat sie. Warst du bereit endlich? Nicht so einfach. Ach, lass nur so. Ja, das passt schon. Ne, ist alles gut. So. Weiter. Ja, mal tut sie sich nicht. Das lassen wir alles direkt gleich weg. Ja, das hier Fleisch, Schmuck. Ja, Schmuck an Rohren. Machen wir mal ran. Und Hitchin kriegt sie auch noch. So. Okay, dann haben wir das. Hm. Haumpower. Ne, das ist schon okay so. Jetzt. Dann gehen wir jetzt Schritt 5. Bei der Klamotten. Boah. Hm, Schritt 2. Oh, Mann, wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ich habe keine Aufnahme. Ich habe keine Uhr gestoppt. Ich mache das hier noch fertig. Ja. Nicht langweilig, ne? Ah, ja, ja. Hm, das ist aber alles sehr langweilig, was hier ist. So. Was ist das denn hier? Das ist doch keine Kleidung hier, was sie hier haben. Langweilig. Ja. Hast du aber laut zu sagen, ist echt. Jetzt, was hier eine Auswahl ist. Hm. Hm. So. Aber machen Sie mal so ein bisschen fesch hier, ein bisschen frisch hier. Mal trägt sie eigentlich immer nur. Ähhh. Mal trägt sie eigentlich immer nur. Ähhhhhh. Ach. Oh, shit. Mal trägt sie immer nicht. Mal trägt sie immer nicht. Mal trägt sie aber so, dass es ein bisschen frischer aussieht. So. So. Mal trägt sie so eine langweilige. So. Hm. Hm. Das ist langweilig. So hier. So. Ja. So. 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 Wie ich jetzt Ellenenders... Guck mal. So. Passt. Weiter. Hmmmm... Einmal noch etwas anderes? Nein. Das ist toll. Machen wir etwas anderes wagen? Die Umarobiation hat magnetpen. steeds noches machten die Teile statt in der Alter gegen einen Wör demost. weiterzug was haben wir denn da weiter geht's Sport das ist eine Simms Musik machen wir so war durch jetzt wäre auch müde, ich habe keine Lust mehr das merkt man glaube ich ich muss mal nicht durchgrauen ja Winter, Sachen, Co ja, das kann man so nehmen das würde ich so lassen einfach so hier 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 und Wassermann 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 nein ist ich mag sie ja so war das eigentlich ja okay haben wir so und dann fertig so fällt immer noch einer einer film noch bevor ich sie gehe ich habe so und das ist halt so ein kleiner ja so 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 schaut mal mit den namen so und dann auch bräunlich ich mache mir ein bisschen bräunlicher so ich denke wir auf zwei schwarz alles hier nur gesichtsform ne dann passt der nächste große nase kleinere nase ja so fast besser wird noch besser dann geht es weiter jetzt haare jetzt haare schwarz frisur machen wir mal seine ne 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 friseur stimmt zwar nicht so ganz aber langweilig ja dann lassen sie so weit geht es aber daran weiter vorankommen nase richtig und können wir sind schmaler sein glaube ich nicht viel das war die augen müssen ein bisschen schmaler zumal sie kleiner dafür bereitet so 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 ja okay machen wir so ja das passt schon mhm mhm die nase ist okay meine ich dezent kleine tic so hier sonst ist okay eigentlich mund so und tic schmaler so so passt das schon alles klar ja das andere kann so bleiben weiter geht's da brauchen wir nichts von weiter geht's jetzt haben wir ja so ein pferdigen outfits ist das ja natürlich das will auch jedes kind rumlaufen die schürze oh man so haben wir denn noch das mhm das ist jetzt ein text und ärger auch natürlich natürlich ein schritt oh so das man ja dann hier große auswahl eigentlich ja das weiß nicht so groß hatte ich hatte schon das ist irgendwie das gleiche ist langweilig okay weiter das unterwäsche so groß auswahl haben wir hier nicht so wenn er ärgerlich sind jetzt ist jetzt weg sind da natürlich so und war da so so machen glaube ich glaube dass das ist so ja da hat man so das ist okay alles klar das hier nach produktion und sortieren so das weiß ich jetzt wohl gar nicht ich möchte krebs sein fisch ich glaube ich so das ist doch noch nicht wichtig okay fertig so dann noch mal das so das dann ist die kinder und hier so so ja was traurig kann man nicht machen okay das spiel ist ja nicht so flexibel ist klar übernehmen wir so fertig und dann haben wir das geschäft für heute ein weiteres mal und dann werde ich mal sehen ob wir die klamotten setzt da noch mal rein kopieren auf erneutes okay wo ziehen wir da mal ein wir brauchen ja ein bisschen zimmer ne da steht drauf wie viel zuerst noch besetzt zu verkaufen das sieht hier gut aus zu verkaufen ich finde ich wie viele zimmer das ist doof ich denke ich mal wie viele zimmer das waren 19.000 was ist hier so viel kann ich noch ein bisschen ich kann da oben das haus nicht sehen dann los hier war das hier also wo ist niemand schon 18.000 was fashion so verkaufen 17 kommen wir mit dem das sieht ganz gut aus das können wir so da haben wir eine familienlinze unter ein dach gebracht das so ist das was das das ist so das bin ich müde, bin so müde und ich muss noch, ich muss noch zwei Videos machen, so oh man so, ja, Homesuitung wollte ich sagen, Leute so, ja, ja, willkommen bei Simpsula Blah, Willemgarten Assistant Pack, möchtest du Spieltipps aktivieren, nein, tschüss, so, oh Gott, wir machen gleich jetzt mal eine Kiste, das ist schön, das freut mich, aber das Haus ist schon eingerichtet, das ist auch gut, aber oben ist nix, oben ist nix, da haben wir noch was machen können, da haben wir noch eine schöne Decke reinziehen können, oder noch eine Etage gehabt geht das eigentlich mal, kann man da noch einen Boden einziehen hier würden wir einfach interessieren, das geht so das geht, das geht das würde ich nicht vielleicht so einen Boden einziehen vielleicht nein, zurück ähm Holz Holzbohr, komm mal her, gib mal Holz so Helm hm 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 so dann kann man da oben hm könnte man theoretisch da oben ein Möbel hinstellen, aber mal zur Probe, ich muss jetzt einen Stuhl hinstellen, gehen wir das? guck mal tatsächlich oben wäre tatsächlich jetzt da nicht, aber da ging es man hätte hier den Mittelraum, den man nutzen könnte, bis ab da, ja mhm okay, das machen wir jetzt nicht, das können wir vielleicht später mal machen ja okay ne richtig so Galerie ist da, da fehlt noch das Kinderzimmer, das muss noch eingerichtet werden das Bad müsste ein bisschen besser sein, ne äh äh es ist nicht mal ein Waschbecken da tatsächlich ein Waschbecken da, was ist das denn für ein Badezimmer? und kein Fenster, das erinnern wir sowieso sofort ähm da muss ein Fenster rein auch wenn es nur so ein kleines Lüftungsding ist, ne so na komm schon so kleines Fenster kleines ja ich glaube schon so ein großes nicht da in den Badezimmer haben ist verständlich vielleicht aber irgendwas kleines so ein Lüftungsschlitz sozusagen mhm ja genau so das dachte ich mir so machen wir da ein bisschen Fenster drin und das sieht von außen auch nicht so schlimm aus, oder? na vielleicht doch ein anderes warte mal haben wir so eins natürlich auch ein so dunkeles braun wie ich so so ach so ach so genau 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 ok ich habe ein bisschen Geld um etwas besseres aus dem Bad zu machen nehmen wir die ganzen geradenfelder weg und dann richten wir uns das Badezimmer mal vernünftig ein hier zum Beispiel die vernünftige Badewanne schon mal hin so so die die kommt da hin so und dann brauchen wir eine Toilette das sieht auch cool aus aber so versteckt und dann brauchen wir noch ein waschbecken waschbecken den bauen wir hier so hier so hin und ein spiegel brauchen wir dann noch wie finden wir hier unter dekoration weit ich weiß spiegel 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 an der wand das schönste im ganzen land der spiegel meine ich muss ja noch drehen so und da mal ein spiegel hin passenden neben von dafür spiegel nebenbei spiegel war sowas also toll aus ja auch mal sowas hier cool ja jetzt geht es geht das spiegel okay dann das kinderzimmer so ein bisschen mehr hat auf jeden fall brauchen die betten sollten wir auf jeden fall schon mal hinkriegen dass wir die beiden betten haben so jetzt schönes bett hier ein bett so junge dame hat man so 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 dann brauchen wir noch das kommt was man mal das spiel das auch aber wir haben es der fernseher computer nicht viel das wichtigste und der tisch ist ja gar nicht was vernünftiges warum das vernünftige das wäre das für ein schreibtisch das sieht nicht gut aus ja davon mehr davon mehr Zwei. Jetzt muss der Tisch passen. Zwei. So. Okay. Und einen für Besucher. So. Da müssen wir noch einen Tisch finden, der reinpasst. Da jetzt. Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. Wo finden wir Tische? Tische. Tische, Tische. Ich will jetzt einen Tisch haben. Ich baue einen Tisch. Großen Tisch. Jetzt ist es ja ein großer Tisch. Das ist ja farblich nicht. So. Hier. Warte. Finde ich pängelig erscheinen. So. Ach so. Jetzt hier aus. Okay. Die Küche sieht nicht so möglich aus. Das ist okay. Dann kommt auf jeden Fall noch ein Rauchmelder hin. So. Und der Wanduhr. Das ist ja immer so. Typisch, ne? Wanduhr, so. Telefon. Man nehme ich auch lieber ein Wandtelefon. Ne? Ach, der ist schon ein Telefon, ist ja. War so ein Blichttelefon, ist das, ne? Ja. Das ist das Bessere. So. Zack. So, da haben wir. Und wie sieht es wie ein Fernseher aus? War schon vermögenlos hier. Was ist das? Wandverschleim Fernseher mit dem Holz. So, okay. Ja, den stellen wir da hin. Das sieht gut aus. Und was ist das hier? Die V-Möbel, hm? Das ist ja immer lieber den Sonnen. Was kostet das? Mal zurück. Nehmen wir das hier mal. Seht geil aus. Jo. Aber gibt es noch eine andere Farbe, oder? Eine andere Farbe. Bisschen dunkel. So. Passt aber irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Das war das hier doch einfach schon die bessere Wahl. Weil das passt einfach zu einer langweiligen Couch. Okay. Dann brauchen wir noch hier, was ist das hier? Fernseher. Das ist nur Fernseher. Ne, ich habe hier nicht mehr. Fernseher habe ich hier jetzt. Hier war auch nochmal ein Fernseher. Computer brauche ich hier. Aber du brauchst mal einen Computertisch, ne? Okay. Dann brauchen wir nochmal einen Tisch. Computertisch. Schreibtisch. Da. so, wo haben wir das? Das ist ja scheiße. So, ja. Das passt gut dann. Aber es passt da nicht in die Ecke rein. Schade. Ach, das wäre es ja gewesen, dass es in die Ecke gepasst hätte. Dann stellen wir es. Haben wir noch einen Stuhl. Was mir sehr und Bürostuhl wie ich vorhin gesehen habe. Wo ist er geblieben? Hm. Da. Genau, der Film ist ganz gut. So, und dann hier zurück. Dann brauchen wir den Computer. Ja, muss man schon fähiger Computer sein. Zack. So, wunderbar. Okay. Ich glaube, vielleicht ich stelle ich da eine Ecke hin. Kommt da hin. Und hier hätte ich gern Klavier. Gibt es das Klavier noch? Wo finde ich denn das Klavier? Da ist das Klavier. Ey, da ist das Klavier. Genau. Da geht's hin. Okay, da geht's. Wunderbar. Tja, das wärst du weit. Das musst du erreichen. Alles da. Okay, Freunde. Ja. Haben wir nicht. Komm mal. Wir müssen schauen wir mal. So. Der kleine Klavier üben. Die große. Große. Malen üben. hier. Hier. Huch. Job suchen. Und sie. Frühstück servieren. Erst mal Waffe nur machen. So. Ja, da haben sie alle ihre Aufgabe. Und, ähm. Du fahrst da. Zack. Da rennen die jetzt alle zu ihren Jobs. Komm, und ja. Wie gesagt, Schatten. Wenn ich jetzt das mal ausschalten. Wenn ich das nächste Mal auch noch nicht schaffe. Ich schalte mal Schatten aus. Wo ist Schatten? 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 Oder Schattenmittel? Manchmal habe ich das auch schon. Änderung immer nie. Ja. Das kann auch helfen manchmal. Nee, hilft nicht. Nee, hat nicht geholfen. Was heißt, ich schatten ausschalten? Äh, wo ist Schatten? Oh, war da jetzt der Schattenbeleuchtung? Hoch, hoch, hoch. Ich mache da Schattengapfel. Ich nehme mir was. Nee. Das ist eine Schattengapfel. Nicht wieder. Hey, haben wir eben gesehen? Die Leute schatten da. Schatten auch so. So. Okay. Ja. Das ist aber verschwinden. Nein, tut's nicht. Nein, geht nicht. Aha. Okay. Ich muss auf jeden Fall den Backfest installieren. Wo Schatten auszahlen, haben wir trotzdem. Haben sie Schatten. Mhm. Online-Jobsuche. Verbrecher. Weiter so. So. Was haben wir für einen Job? Gastronomie. Nein. Ja, Rockefetter. Fing das Zellerische an, ne? Nein, 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 nein. Weiter so. So. Ja. Nee. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt erstmal verabschieden. Und wir sehen uns nächstes Mal. Und ich hoffe, dass ich mir den Schatten gefixt noch. Alles klar. Habt euch wohl. Bis dann. Euer Jockel. Und ja. Ich muss hier weg. Ich muss hier einfach weg. Wo ist jetzt hier Ausgang? Achso, hier hin. So. Und. Speichern nochmal. So. So. Och tschüss. Ja. Iberry. Musik.